Was immer schön ist, die Vokale mal durchzugehen. Du stellst dir das vor wie ein Indianer, der ums Feuer tanzt. Und du kennst doch diese sonore... Wo man wirklich nur mit dem eigenen... Du gehst runter, wenn du den Grundton nicht hast, gehst du von oben runter. Und dann merkst du, irgendwann bist du in deiner Grundschwingung. Genau. Und dann lässt du die Vokale raus mit... Und warum I, E, A, U? Weil das I weiter vorne am Gaumen anfängt, dann hinterher kommt das E. I, E, A, natürlich mit Mund auf, dass das auch mittrainiert wird. O, weiter unten. U, ganz am Boden. Und wenn es noch mehr werden soll zum A-Arbeiten, dann ist es zu den Vokalen einfach die Konsonanten dazunehmen. Einmal quer durchs Alphabet. Du fängst... Dann hast du auch die Umlaute mit dabei. Wenn dir das zu langweilig ist, machst du zwei, drei Bs hintereinander. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann machst du noch ein B-R zum Beispiel. Das R schnallst hinten so ein bisschen das Gold aus dem Mund. Eine Morgenstunde hat ja Gold im Mund. Und dann kriegst du das gleich ein bisschen raus. Und dann klingt das eben... Und so kannst du das bis zum Z hinten durchgehen. Also da bin ich ein großer Fan davon.